Musik Es bringt nichts, wenn ich irgendwas mit ihnen mache, das was selber einer in der eigenen Werkstatt sowieso nicht mehr tun kann. Aber eine Kupplung zum Beispiel von einem Öl und einem Trachter, das geht noch. Da brauche ich nur einen Fahrbahnmogen, das ist eigentlich eine ganz normale Werkzeuge. Das zieht es praktisch dann ein und durch das übergibt es dann die Kraft auf Betriebewelle. Das ist das. Und sonst, wenn du eine Kupplung steigst, rein die Wellen einfach, also die Wellen stehen und Druckplatten drehen. Das ist das. Das sind Flüsse, da passiert gar nichts. Aber sie können sich nicht mehr. Das soll jetzt nicht mehr werden. Musik 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 Vielen Dank. Ich freue mich ganz besonders, dass so viele unserer Einladungen gefolgt sind. Ich freue mich, dass die Kollegin Regina Danninger, die Fachvorständin von der Fachschule Kirchschlag, ihr wisst ja, herzlichen Gruß, ja, und ihr wisst ja, dass mit dem Jahre 2017, also September 2017, eine Übersiedlung nach Hagenberg erfolgt und wir dort schon gemeinsam, ja, ihr gemeinsam, die dritte Klasse abschließen werdet. Der Softwarepark von Hagenberg, auf der Anhöhe soll dieses Schulzentrum entstehen. Bis 2017 Bauzeiten und Herbst 2017, den 10. September 2017, möchten wir in Hagenberg beginnen. Viel Spaß mit den neuen Modetrends aus der Fussel Modestraße und unseren Schülerinnen und Schülern aus der Fachschule Kirchschlag. Musik 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 Danke Frau Gabert und Ihr Team, danke Herr Direktor für die gute Zusammenarbeit und wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns vorbeikommen im Erdgeschoss beim Infostand holen Sie sich noch einen Fruchtschick bei uns und wir freuen uns, wenn wir uns vielleicht in zwei Wochen in Kirchschlag sehen.